Ja, liebe Piraten und Piratinnen, wir stehen hier in der Wahlkampfzentrale der Piratenpartei Hamburg im Schanzenviertel und haben gerade erfahren, nach Auszählung von ungefähr 50% der Stimmen, dass wir wieder bei 0,2 oder 0,3% gelandet sind, wie in der Hessenwahl, was für uns natürlich ein super Erfolg ist. Und wir wollten einfach mal Danke sagen an alle Wähler in Hamburg, die verstanden haben, worum es überhaupt geht in unserer Politik. Und wir werden daran noch weiter arbeiten.